Hallo und guten Tag, hier spricht Raimund van Helden mit dem neuen Vortrag Coronavirus Abwehr mit Vitamin D. Ich spreche für die Verbraucherberatung Vitamin Delta. Sie können sich darauf verlassen, dass meine Darstellung rein fachlich-medizinisch ist. Es gibt keine kommerziellen Einflüsse. Das ist die Situation für China mit hohem Tempo auf den Meeren unterwegs. Nichts allerdings, wie Treibminen bedrohen die Viren dieses Schiff und die haben ja auch so eine ähnliche Struktur. Aber ich behaupte jetzt, da ich den Vortrag kenne in seinem Ausweg, es gibt einen Ausweg. Dieser Vortrag ist frei von Zusatzstoffen wie Panikmache, Bioverschwörung, sei es HIV-Sequenzen, die im Virus gefunden sein sollen. Es geht auch nicht um eine Finanzcrash-Beratung. Ich mache hier hundertprozentig sachlich-medizinische Informationen. Ist Vitamin D gut oder schlecht für Coronavirus-Patienten? Diese Frage stellte mir Henry Lahore, mit dem ich schon seit Jahren transatlantisch zusammenarbeite. Er hat eine große Internetseite, Vitamin D-Wiki, und sammelt sehr viele Informationen zu dem Thema. Und ich mache Ähnliches hier auf der europäischen Seite. Und diese Frage muss geklärt werden. Wir haben schon einen Beitrag hier in Vitamin D Zukunft geschrieben, und zwar am 9. Februar. Und wir haben es hier auch in die meist gelesenen Seiten hineingeschafft. Vitamin D Top. Das müssen wir jetzt mal klären. Welche Macht hat das Coronavirus zur Orientierung? Also, wir sehen, dass von den Zehntausenden von Patienten immer etwa 2% versterben. Diese Zahl blieb sehr konstant. Und man kann sie allerdings nicht verifizieren. Umgekehrt heißt es, oder positiv gedacht, 98% der Menschen können vor dem Coronavirus bestehen. Sie kommen also damit zurecht. Sie haben also eine funktionierende Abwehr. Und die funktioniert eben bei den 2% nicht. Wir müssen uns also hier Gedanken darüber machen, was wir bei diesen 2% falsch machen oder unterlassen. Die Erkrankungen an diesem Coronavirus in China sind hier derzeit auf 42.000. Diese Zahl kann man in eine Formel hineinpassen. Sie ist logarithmisch am besten anzunähern und nimmt einen steilen Anstieg. Wir werden hier noch die 100.000er-Grenze in Kürze erleben, wenn es so weitergeht. Das sind aber alles nur Spekulationen, Vorsicht, Statistik. Zahlen aus China sind letztendlich alle behördlich kontrolliert. Aber was hier auf jeden Fall klar wird, nicht mal unter dem Druck einer Zensur kann man das Ausmaß verheimlichen. Das Virus ist noch lange nicht besiegt, auch wenn wir hier in Deutschland noch nicht viele Fälle haben. Das kann sich aber wegen der Tarnung des Virus leicht ändern. Corona. Das ist ein schönes Wort. Und es bezieht sich auf die Hülle, die hier wie eine Sonnen-Corona sich abbildet. Die Corona ist ja ursprünglich auch die Krone. Und dieses Virus hat eben auch diese Hüllproteine. Und wir haben ja quasi von mir aus jetzt ausgerufen, die Corona des Virus gegen die Corona, das heißt die Abstrahlung der Sonne. Schauen wir mal, wie es geht. Drei Begriffe, die sich hier vereinen. Vitamin D im Einsatz gegen Viren. Ist das eigentlich so neu? Nein, ist es nicht. Bereits vor mehr als zehn Jahren hat hier William Grant aus San Francisco die Studienlage geprüft. Und er hat bei sehr vielen Viren, Grippe, Herpes, HIV festgestellt, es gibt ja Studien, die den Zusammenhang zeigen. Und zwar Nordländer haben sehr viel mehr Infekte. Im Winter wird es mehr. Immer dann, wenn die Bevölkerung in den Vitamin-D-Mangel hineinrutscht, dann kommen die Viren um die Ecke. Und Catelecidin ist praktisch das Antidot, das schützt. Also wir haben diese Ur-Erfahrung in uns. Im Keller ist es ungesund, im Urlaub wird man gesund. Und das ist genau die Abwehr gegen die Viren. Wir sehen eine offizielle Ratlosigkeit, eine spezifische Therapie liegt nicht vor. Ich behaupte etwas anderes. Seit Urzeiten muss sich der Mensch gegen Viren behaupten. Und hier ist auch ein Schema, was jetzt hier uns zeigt, wie es läuft. Hier hat sich ein Inder namens Timori mal die Mühe gemacht, hier mit diesen Zahnrädchen. Das ist immer Vitamin D im Einsatz, in den zellulären Partikeln. Alles, das ist biochemisch nachgewiesen. Wir sind also nicht hier völlig kampflos ausgeliefert. Und das ist hier so eine Skizze, die ich schon publiziert habe. Wir können den Vitamin D-Spiegel hochsetzen, hier in meinem Vitamin D-Simulator gezeigt. Und dadurch die Menschen aus diesem Vitamin D-Mangel herausbringen. Das könnte man sogar diese 20 Milligramm durch ein Pressluftapparat verabreichen. Damit könnte man auch Tausende, wenn nicht Millionen auf sehr schnelle Art und Weise schützen oder natürlich eine Vitamin D-Kapsel verteilen. Coronavirus und Vitamin D, das ist bei Google wenig bekannt. Das heißt, Sie sehen hier praktisch das, was ich dazu geschrieben habe. Google ist hier, sagen wir mal, ziemlich ahnungslos. Und Sie kriegen hier jetzt bessere Informationen als dort. Der Nutzen des Vitamin D gegen Viren ist bekannt. Das kann Ihr Leben retten. Das ist hier die Struktur meines Vortrags. Es geht zunächst mal um die Eigenschaften, die das Coronavirus hat. Welche Beziehungen das Coronavirus zum Vitamin D-Mangel hat. Den Nutzen des Vitamin Ds will ich biochemisch herausarbeiten und dann auch neue Empfehlungen aussprechen. Teil 1. Die Eigenschaften. Warum sterben Menschen am Coronavirus? Nun, wir kennen ja vor mehr als 10 Jahren, da gab es diese SARS. Severe Acute Respiratory Syndrome. Das ist das ernsthafte, akute Atmungssyndrom. Hier sehen wir links in grün eine normale Lunge. Hier ist frei, da gehen die Strahlen durch. Da ist Luft in der Lunge, wie es auch sein soll. Aber wenn sich da Flüssigkeit ansammelt, dann wird das hier so hell. Und das ist eben die Überflutung mit Flüssigkeit. Und das ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, das habe ich schon vor 30 Jahren im Studium kennengelernt. Also das ist quasi die Lunge der Intensivpatienten, die dann auch eine ganz schlechte Überlebensrate haben, dass eben statt der transparenten Lunge hier es komplett zugeht. Und die waren dann auch oft mit Maschinenbeatmung nicht zu retten. Man denkt ja immer, ja, die Maschine, der Computer, die künstliche Intelligenz, die wird es richten. Wir müssen aber uns vor Augen halten, was hier wirklich abläuft. Verschiedene Begriffe, SARS, ARDS und MERS, Middle East Respiratory Syndrome, da sind immerhin einige hundert Menschen dran gestorben. In Saudi-Arabien ist das grassiert. Das sind also bei SARS und MERS Coronaviren. Es geht letztendlich um die Lunge. Respiratory, da ist das Drama zu finden. Die drei Coronaviren, jetzt auch das Neue, das Coronavirus 2019, die setzen alle die Lunge unter Wasser. Wie kommt das Virus in meinen Körper? Nun, eigentlich hat der Körper ja verschiedene Schutzmechanismen. Wir nutzen auch Mundschutz und Handschuhe, wenn wir in Gefahrenzonen kommen. Aber wissen wir denn, ob Gefahr da ist? Das ist ja hier neuerdings das Problem. Das Coronavirus hat einen Griff zum Schlüssel. Und zwar an der Zelloberfläche sind solche Schlüssel aufgesetzt. Und das Coronavirus hat hier den Schraubenschlüssel, um dann diesen Haustierschlüssel zu drehen. Und das ist die Verknüpfung. In dem Moment beginnt das Drama. Da wird der Schlüssel gedreht. Und der Schlüssel, der steckt schon im Schloss der Zelle. Und was wissen wir denn über diesen Schlüssel? Die Antwort kommt von Jesus. Also Garcia de Jesus, eine junge Journalistin oder Medizinerin aus Washington. Die hat ja auch im Science News geschrieben, SARS und das neue Coronavirus zielen auf dasselbe Türschloss, um die Zellen zu infizieren. Und das sind nämlich diese Stachelprotein der Virusoberfläche. Das knackt dann das Schloss. Und dieser Beitrag, der in Washington publiziert wurde, geht aber zurück auf ein Wuhan-Virus. Und da schreiben nämlich die chinesischen Kollegen, Probable Bad Origin, also möglicherweise Fledermaus-Verursachung. Und die haben nämlich auch schon erkannt, dass derselbe Rezeptor wie das SARS-Corona-Virus angegriffen wird. Spike-Protein auf der einen Seite, ACE2, das ist die Adresse, das ist der Schlüssel, der hier immer wieder benutzt wird. Und das macht es eben auch so problematisch, weil eben dieses ACE2-Protein an der Virusoberfläche, das gibt es auch bei, ja, Fledermaus, der Zibet-Katzenschwein. Also hier ist dann auch immer ein Reservoir. Es könnte also sein, dass wir alle Menschen clean haben. Und dann kommt irgendeins dieser Tiere um die Ecke, eine Zibet-Katze, und die hat dann dieses Coronavirus. Und dann ist es wieder unter die Menschen gebracht. Das heißt, wir brauchen hier auch eine dauerhafte Lösung. Eine Herausforderung. SARS und Corona kommen an den Wohnungsschlüssel, stellen sich vor, ihre schöne Wohnung, und irgend so ein Gangster hat dann den Schlüssel in der Hand. Das ist beunruhigend. Gibt es denn noch sogar andere Schlüssel, mehrfache Schlüssel zur Wohnung? Und diese Frage hat man sich in Worcester, Massachusetts gestellt. Die Abschaltung der Virusinvasion, die konnte man nämlich hier abschalten, ich habe das mal als Helm dargestellt, indem man ein Antikörper gebaut hat, gegen diesen ACE2, also gegen diesen Rezeptor an der Virusoberfläche. Und dann findet das Coronavirus keinen Griff auf die Zelle. Das heißt, hier rechts sehen wir ganz homogen die Zellen friedlich beieinander. Und links tote, blasige Zellen, die als Zeichen der Infektion aufgequollen sind. Also, es ist der ACE2-Rezeptor, und wenn der nicht da ist, gibt es auch keinen Infekt. Und das ist der Ort der Bindung. Man hat es hier eben nochmal ausgetextet, also Spike geht auf ACE2, und dann hat man nochmal ACE1-Alternativ versucht zu infizieren. Das hat aber nicht geklappt. Also, nur ACE2, das ist bewiesen. Alle Coronaviren benutzen diesen einen Schlüssel. Ja, kann man das Schloss nicht austauschen. Das würde man sagen, wenn der Schlüssel verloren gegangen ist und möglicherweise in kriminelle Hände gekommen ist, und dann beschäftigen wir uns jetzt mal mit diesen ACE-Dingern. Und das sieht alles kompliziert aus, aber hier so ein Hotdog-Würstchen, das kann jeder verstehen. Das ist nämlich für mich hier so die Visualisierung dieses Angiotensin 1. Das ist wie so eine Wurst, und die hat eben zwei Enden. Und dieses Angiotensin 1, das wird quasi appetitlich zubereitet in dieses Brötchen ohne die Wurstenden. Und dann müssen wir das jetzt abschneiden. Und das heißt enzymatischer Vorgang, der eine Aktivierung darstellt. Also hier sieht man noch die volle Kette mit den acht, und hier sind schwarz und schwarz, die sind weggefallen. Die Enden sind also aufgefrischt, und dann duftet sozusagen das ganze Brötchen, und es wird dann aktiver, es macht dann Appetit. Und genau das ist der enzymatische Vorgang. Das ist allerdings jetzt hier ACE1. Und jetzt kommen wir zu ACE2, in blau dargestellt. Da wird eben das Angiotensin 2 zu einem weiteren Brötchen verwertet, nämlich das Angiotensin 3 bis 7. Also diese Schere, die schnibbelt so wild rum, die kann also verschiedene Produkte machen. Das ist ein bisschen verwirrend. Wir können es auch Angiotensin 3 nennen. Diese Gruppenreaktion. Und was soll das Ganze? Das hier nochmal in einer Reihe dargestellt. Also wir haben hier das Angiotensin 1 mit einem Finger, und das Angiotensin 2 mit zwei Fingern, und die anderen haben 3 bis 6 Finger. Und aus einem Vorläufer wird über das Renin, das ist hier auch so ein Enzym, Schlüsselstelle auf der weißen Fläche erst das eine gemacht. ACE1 macht dann den nächsten Schritt. Und dann ist ACE2, das ist unser Virusrezeptor, an der Zelloberfläche, der macht eben aus diesen Zweier das andere. Und das ist der Schlüssel für die Blutdruckregulation. Und das kann man nämlich sich so vorstellen, wie ein Schalthebel in Ihrem Motorsportauto. Hier oben haben wir quasi den ersten Gang. Nach unten, das ist der zweite. Sie kommen aber nur von 1 nach 2, wenn Sie dieses ACE1 haben. Und dann gibt es aber auch wieder den Rückwärtsgang, dass man nämlich hier wieder von Rot auf Blau schaltet. Das ist mit 2. Also dieses 2, das hilft dem Blutdruck wieder nach unten zu kommen. Das alles ist zur Blutdruckregulation. Wir können also den Blutdruck mit ACE steigern, mit ACE2 senken und in die andere Richtung fahren. Zur Blutdruckbegrenzung ist das unverzichtbar. Wir können also nicht sagen, da hat jemand Blödsinn hingebaut, das ACE2 räumen wir einfach mit einem Mittel ab. Genau das machen ja die Viren. Ja, die machen es ja kaputt. Und deshalb ACE2 wegnehmen würde uns nichts nützen. Wir haben hier den beklagenswerten chinesischen Kollegen, den Augenarzt, der hier auch ganz erschreckt guckt. Denn es ist einfach grausam, wenn man durch inneres Ertrinken erstickt. Die Lunge läuft voll. Das haben wir eben schon gesagt. Das ist dieses respiratorische Syndrom. Aber wieso kann dieses Virus das machen? Und das hängt jetzt genau mit dem zusammen, was wir gerade gelernt haben. Dass nämlich einmal über ACE1 der Blutdruck auf die rote Phase geht. Der wird dann hochgetrieben. Und das ACE2 baut dann diesen Blutdruckstoff kurzfristig wieder ab. Das ist dann die blaue Phase. Also das eine setzt hoch und das andere runter. Und wenn jetzt aber diese Viren in Millionen, milliardenfacher Form in den Körper hineingehen, dann blockieren sie alle ACE2-Rezeptoren. Und das Angiotensin 1 mit dem einen Finger hoch, das kommt nicht mehr dran. Das findet sozusagen keinen Parkplatz, weil alle Parkplätze sind schon vergeben. Und dann steigt es an. Und das führt nämlich dann zu diesem Effekt. Der Blutdruck steigt und steigt und steigt. Und wenn der Blutdruck dann in der Lunge steigt, dann setzt die Lunge Wasser ab. Und hier sehen wir es also dargestellt, dass eben dieser blaue Pfeil weg ist. Der ACE2-Rezeptor ist durch das Virus aus dem Verkehr gezogen. Und dann kommt Wasser in die Lunge. Das heißt, wir haben hier durch die Rezeptorwahl ein Drama, dass nämlich unsere Blutdruckregulation kaputt geht. Und das macht dieses Coronavirus so extrem unangenehm. Und wir haben auch einen Teufelskreis. Denn wenn erstmal der Sauerstoffmangel eingetreten ist, jeder Mensch reagiert auf Sauerstoffmangel und ersticken mit einer Blutdruckerhöhung. Wahnsinnsmäßige Adrenalinfreisetzung der Körper versucht, durch Blutdruckerhöhung das Problem zu lösen und verschärft dadurch noch das Lungenproblem. Das heißt, hier wird noch immer weiter angekurbelt als Problemlösung nach dem Motto, es muss doch durchgehen. Und das ist der Grund, dass der Arzt in diesem Moment auch rennen muss, wenn er hört Lungenödem. Da muss er mal seinen bedächtigen Schritt im weißen Kittel verlassen und ganz schnell zum Patienten und dann irgendetwas machen. Zum Beispiel hier die Nachlast senken, dass der Blutdruck wieder sinken kann. Das sind richtig dramatische Sachen. Der Tod durch Corona-Viren tritt also durch die Störung des AC2-Schlüssels ein. Gibt es Beweise, dass ACE-Systeme für den Blutdruck so wichtig sind? Kann ja auch andere Systeme geben. Und dazu ein Bild, in dem ich jetzt nochmal diesen Angiotensin-Converting-Ensem, dieses ACE, darstelle. Und gegenüber des Angiotensin, die sind affin zueinander, hier mit einem Herzchen dargestellt. Die mögen sich. Die finden zueinander. Und diese Hand, die den Finger berührt, das kam mir bekannt vor, das habe ich nämlich schon mal in Rom gesehen, Sixtinische Kapelle. Und hier kommen zwei zueinander hin. Aber dann kommt die Schlange dazwischen, quasi als teuflisches Symbol. Und die Schlange nämlich ist es auch, die das Angiotensin-Converting-Enzyme blockiert. Die hat nämlich einen ACE-Hemmer in ihren Giften. Und dieser ACE-Hemmer aus dem Schlangengift, der wird ja inzwischen als Blutdruckmittel therapeutisch genutzt, der blockiert nämlich diesen Rezeptor. Und dann passiert nämlich Folgendes. Durch diese starke Bindung dieses ACE-Blockers an den AT1-Rezeptor geht der Blutdruck auf Null. Das heißt, dieses rote Angiotensin kann gar nicht erzeugt werden. Und ein Blutdruck von Null, der ist eben mit dem Leben nicht vereinbar. Aber jetzt diejenigen, die ACE-Hemmer einnehmen, es ist die Dosis, die das Gift macht. Eine vernünftig dosierte ACE-Hemmer-Blockade kann genau die allerbeste Methode bei einer Blutdrucksenkung sein. Das ist also einfach hier nur ein dramatisches Beispiel. So hat man das nämlich tatsächlich entdeckt. Also erst war diese Schlangengift-Analyse und dann hat man das Medikament entwickelt. Gibt es Medikamente, die den Schlüssel ACE2 schützen? Also dass man eben diesen Virusangriff dann abwehren kann? Ja, das haben sich Forscher an der Columbia University USA auch gedacht. Die haben diesen Stoff mit dem Codenamen entwickelt. Hier haben wir das ACE2. Da ist das Virus, genau wie ich das jetzt auch hier mit Schlüssel und Maulschlüssel dargestellt habe. Und die haben das dazwischen gelegt. Hier sind übrigens Klatrin. Da wird das Virus eingeschleust. Das Virus, das kommt gleich nochmal. Und dann hat man getestet, ja, wie war nämlich die zelluläre Aktivität und solange das Mittel im Körper war, war dann das runtergefahren. Also das funktionierte immerhin für drei Stunden. Man ist dabei, das zu erforschen. Und das wäre dann vielleicht ein Mittel, wo man irgendwas machen könnte, um diesen ACE2-Enzym wieder in Gang zu bringen, wenn jemand unter Coronaviren so eine Funktionslosigkeit erleidet. Die Abschirmung des ACE2-Rezeptors funktionierte drei Schirmstunden. Die Frage ist natürlich, ob er blockiert wird, wie beim Virus, oder ob er dann eine Restfunktion hat. Das sind schwierige pharmakologische Fragen. Wie geht es denn weiter nach dem Ankoppeln? Was macht dann das Coronavirus? Diese Frage wird von Wissenschaftlern aus Krakau in Polen beantwortet. Der Weg des Vitamin D in die Zelle wird durch ein spezielles Protein ermöglicht, nämlich das Klatrin. Das sieht ja so aus, dass es wie so eine Wollplüschkugel und wir sehen, dass dieses Protein dann erzeugt wird und dann diese Einbeulung dann macht, diese netzartige Struktur. Und Klatrin ist es eben, die diese Hineinsaugung in die Zelle ermöglicht. Nicht Katrin, sondern mit L. Klatrin hilft dem Coronavirus in die Zelle. Das ist quasi ein Portier-Mechanismus, den das Virus auch eben nutzen kann. Was haben wir jetzt im ersten Bereich gehört? Ja, die Coronaviren greifen nach dem Angiotensin-Converting-Ansem 2, also ACE2. Und der wäre nötig für den Abbau des Blutdruckstoffes Angiotensin. Und weil er eben, weil das eben dann blockiert ist, gibt es den Lungendruck mit Überwässerung. Es gibt ja tausende oder Millionen von verschiedenen Viren, die alle möglichen Rezeptoren nutzen. Und weil dieses Coronavirus eben das nutzt, was wir so dringend brauchen, haben wir dann gleichzeitig zwei Probleme. Nicht nur den Infekt, den normalen Virusinfekt, die Erkältung, sondern auch gleichzeitig diese Beeinträchtigung unserer Lungenstrombahnen. Zweitens, was hat Vitamin-D-Mangel mit Viren überhaupt zu tun? Wieso kommt von Helden mit seinem Vitamin-D jetzt um die Ecke, muss er nicht seinen Senf überall dazugeben? Hat das eine Berechtigung? Wie immer, wissenschaftliche Fakten. Aus Tasmanien kommt diese Studie. Eine Patientengruppe hatte einen Vitamin-D-Spiegel von weniger als 16 Nanogramm pro Milliliter. Die Erfahrenen unter Ihnen wissen, Vitamin-D kann natürlicherweise bis 100 gehen. Also 16% Ladung quasi. Und ohne diesen hatten sie eine hohe Rate von Atemwegsinfekten. Und das ging signifikant auf die Hälfte zurück. Und das war alles auch statistisch signifikant geprüft. Hier ist die Signifikanzzahl. In Norwegen hat Johann Mohan diese Studie zusammengebaut. Er hat zum einen hier in dieser Kurve den Vitamin-D-Spiegel, 25 OHD, geprüft. Der ist im Sommer, den ich in gelb hinterlegt habe, ist der höher. Und gleichzeitig hat er hier reingebracht die Number of Death, also die Zahl der Toten, und zwar an Influenza. Influenza, also die Grippe. Und die explodiert einmal hier im November, Dezember und einmal geht sie runter im Februar, März. Wir haben also ein komplementäres, umgekehrtes Verhalten. Und der Norweger stirbt dann an Grippe, wenn sein Vitamin-D-Spiegel unter die 24 sinkt. Das ist hier der Vitamin-D-Spiegel, den wir auf der rechten Seite ablesen. Da steht zwar 60, aber das ist Nanomol. Ich habe es dann mal in Nanogramm umgerechnet. Nordchinesische Kinder, die haben in den ersten zwei Lebensjahren zu 65% diesen Vitamin-D-Mangel. Und der war definiert als weniger als 12. Also die haben da ein großes Problem. Ein Leben zwischen Wohnsilo und Kindergarten, die Erwachsenen gehen nachher in die Betriebe. Das macht eben den Vitamin-D-Mangel. Nehmen wir also mit. Also wir haben hier ein Vitamin-D-Thema, was sich mit Viren verknüpft, mit Lungenentzündung und mit Krankheit bei Kindern. Das ist in China weit verbreitet. Aber das ist bei weitem kein chinesisches Problem. Das ist in Deutschland genauso das Thema. Viele, viele Kinder und Jugendliche haben eben jahrzehntelang durch Sonnenvermeidung schlechte Werte. Und auch diejenigen, die in die Sonne gehen, wie die Norweger zum Beispiel, die können eben einfach zwischen September und März nichts an Vitamin-D bilden. Das müsste man dann zuführen. Teil 3 von Viren. Der Nutzen des Vitamin-D gegen Coronaviren. Jetzt bitte die Fakten auf den Tisch. Eine Intervention ist natürlich noch eine Stufe höher, als einfach nur zu zeigen, dass hier günstige Effekte sind. Was hat Vitamin-D mit Coronaviren und ACE zu tun? Hier hilft mir Yang Chun-Li. Hört sich ziemlich chinesisch an. Er kommt als Wissenschaftler aus Chicago, USA und hat da im dicksten Vitamin-D-Bücher aller Zeiten, über 2700 Seiten, hat er seinen Bereich geschrieben. Chapter 40, also Kapitel 40, über Vitamin-D und das Blutdruckregulationssystem Angiotensin. Das hatten wir eben schon kennengelernt. Und er zeigt eben, dass ohne aktives Vitamin-D hier sehr viel Prorenin erzeugt wird, also um die ganze Kaskade da anzustoßen. Jetzt gibt er in das Reagenzglas Vitamin-D dazu. Das ist dieses aktive, dieses 1,25 Vitamin-D. An der 1 erkennen Sie, dass es aktiv ist, weil nämlich an dieser Stelle 1 auch was angeheftet ist. Und das führt eben dazu hier, Vitamin-D dargestellt, auf dem VDA, also Vitamin-D-Rezeptor, dass es sich umschaltet und das Renin, die Renin-Produktion stoppt. Der Blutdruck geht zurück. Das heißt, wir haben hier übrigens Vitamin-D einen sinkenden Blutdruck, wie wir das eben als Hausärzte immer schon wissen. Wenn der Mann 30 Tage in einem sonnigen Urlaub war, dann ist der Blutdruck wieder besser, als wenn er im Winter nur in Deutschland in der Wohnung gesessen hat. Und hier nochmal als Systemschema, diese Sperre hier, die zeigt, dass hier die Gene kein Renin produzieren, wenn Vitamin-D und andere aktive Stoffe, also aktive Vitamin-D-Analoger, diesen Weg hemmen. Und wir sehen eben in einem Versuch mit Mäusen, die gar keinen Vitamin-D-Empfangsstelle haben, also Mäuse ohne Rezeptor, dass da einfach das Renin immer höher steigt. Das heißt, würden wir ohne unseren Vitamin-D-Rezeptor geboren, wäre auf jeden Fall der Blutdruck dann auch sehr hoch. Und Blutdruckprobleme sind auch Vitamin-D-Mangelprobleme. Diese Zusammenhänge sind immer wieder klar gemacht worden, bei Mäusen jedenfalls auf jeden Fall. Auch sehen wir, dass wenn wir mehr aktives Vitamin-D in der Blutbahn haben, die Aktivität im Angiotensin-System runtergeht. Umgekehrt, wenn wir kein Vitamin-D im Körper haben, dann auch selber kein aktives Vitamin-D machen können, dann steigt diese Aktivität an, dadurch wird der Blutdruck gesteckt. Es ist also klar, dass Vitamin-D den Blutdruck besänftigt und kann es denn einer überwässerten Lunge helfen. Und hier kommt Hilfe aus Hefei in China und diese chinesischen Kollegen haben dieses Wort alleviates, da benutzt also lindert, Vitamin-D lindert und das gilt auch für ganz viele Sachen, dass es einfach etwas besser macht. Es lindert nämlich Bakteriengiftschäden in der Lunge durch Hilfe im gestörten Blutdrucksystem. Wie genau geht das vor sich? Also hier haben wir einen Versuch mit Tieren, Mäuseversuch glaube ich. Hier sind die unbehandelten Tiere. Wenn aber jetzt das Bakteriengift aus Kolibakterien dazugesetzt wird, dann geht der ganze Organismus auf Alarm. Hier werden Stoffe gemacht, die eben den Körper für den Blutdruck sensibilisieren und gibt man nur Vitamin-D, das macht alleine nichts. Aber diese Alarmsituation rot, Bakteriengift in Verbindung mit Vitamin-D, das ist hier jetzt geteilt gemalt, das führt zu einer Reduktion dieser Stressreaktion. Das heißt, je mehr wir dazugeben an Vitamin-D, 5, 20 oder 100, dann sind eben die Stressreaktionen deutlich geringer, fallen die aus. Das heißt, wer im Frühjahr irgendwelchen Stress erleidet, reagiert da sehr viel heftiger drauf, als wenn jemand nach seinem Sommerurlaub irgendwas an Stress bekommt. Also es ist intuitiv verständlich. Gegen das Lungenversagen gab es oder gibt es keine ursächliche Therapie, wird ja nochmal aus China berichtet. Sowohl das akute Lungenversagen, dieses akute Atemnotsyndrom mit dem Wasserlunge, mit dem Lungenödem, da resümieren die, dass es dann noch keine tollen Ansätze in der Medizin gibt. Man beatmet dann zwar, aber wenn das Sauerstoffgerät hier in eine feucht abgetauchte Lunge einfach Sauerstoff hineingibt, das reicht nicht aus. Es muss dann wirklich in den Zellen ankommen und wenn das Wasser dazwischen liegt, das führt dann eben dann leider doch zum Tode des Patienten. Das ist sehr gefürchtet in der Intensivmedizin und eine ganz unangenehme Situation auch für alle Beteiligten, weil das oft ganz rasant sich entwickelt, weil das eben so ein Teufelskreismechanismus ist. Die Ergebnisse zeigten, dass das aktive Vitamin D auf das Renin-System einwirkt und dass das aktive Vitamin D teilweise schützende Wirkung hat, auch gegen die Lungenschäden, die durch Bakteriengifte ausgelöst wird. Also Vitamin D reguliert die verschiedenen Angiotensinen. Hier haben wir mit der Zahl der Finger das 1, 2 und das 3 und mehr Angiotensin. Von dem 1 zum 2 steigt der Blutdruck und durch den Abbau senkt es wieder runter und indem wir hier diese Enzyme in der Waage halten mit Vitamin D, wird das Gleichgewicht wieder hergestellt. Lungenüberwässerung, Gefäßdurchlässigkeit, Lungenverletzung, Versagen, das kann durch diesen AC2-Schlüssel eben gemacht werden. Wir sehen also, der chinesische Kollegen und viele tausend andere sind schon diesem Lungenödem erlegen durch die Störung des ACE2-Schlüssels. Und umgekehrt kann Vitamin D hier dagegen wirken. Wir haben also hier bereits in China das Wissen, dass auf diesem Wege etwas getan werden kann. Es ist also nicht aus der Luft gegriffen, das mit dem Vitamin D. Es hilft an verschiedenen Stellen und der Stoffwechsel ist ja komplex. Vitamin D beeinflusst ja nicht ein Gen, es beeinflusst tausend verschiedene Gen und mehr. Und deshalb muss man hier auch lange Listen machen, was man alles in der Biochemie herausgefunden hat. Hier sogar Stichwort Lungenfibrose, dauerhafter Vitamin-D-Mangel führt zu Lungenfibrose. Also wer im Haus sitzt und raucht, der kriegt nachher seine Lungenfibrose. Und wer, sagen wir mal, Animateur ist auf der Teneriffa-Insel und dabei raucht, der hat dann bei einem guten Vitamin-D-Spiegel nicht diese Schädigungswirkung. Also ich bin gegen das Rauchen, aber das erklärt eben die Unterschiede. Je schlechter es dem Menschen geht von seiner sozialen Situation und seiner Vitamin-D-Versorgung, umso heftiger haut es ihm auch die Gesundheit durcheinander. Die ACE-2-Blockade wird durch Vitamin-D gelindert, alleviate. Sinkt das Risiko bei einem hohen Vitamin-D-Spiegel? Nun, eine Studie aus Ägypten, da hatten Kinder Lungenentzündungen und man hat sich dann die Mühe gemacht, den Vitamin-Spiegel bei Lungenentzündungskindern mit gesunden Kindern zu vergleichen. Und tatsächlich, die waren krank. Und also die Vitamin-D-Spiegel waren niedrig, wenn die um die 15 herum waren, waren die in der Gruppe mit der Lungenentzündung und die gesunden Kinder hatten eben vergleichsweise mehr als doppelt so gute Werte, also 30, 35. Und auch die Kathelizidin-Werte, also das ist so ein vitamin-abhängiger Stoff, war dann auch geringer in der Krankheitsgruppe und hoch in der gesunden Gruppe. Also wir haben hier so einen Schutzfaktor. Kinder mit Lungenentzündung hatten weniger Vitamin-D und weniger Kathelizidin. Welche Belege gibt es für den Nutzen von Vitamin-D gegen Coronavirus? Wie gut hilft dieses Kathelizidin, was hier schon aufgetaucht ist? Und einmal Risiko Lungenentzündung. Hier haben wir Vitamin-D-Spiegel, hoch und niedrig. Und die Risikobewertung ist hier in verschiedenen Strichen eingezeichnet. Also wenn es geschadet hätte, wären die Striche hier links. Wenn Vitamin-D genutzt hätte, ist es dann rechts. Und diese Raute, die gibt dann an, dass also das Risiko der Lungenentzündung mehr als sechsmal so hoch war, wenn der Vitamin-D-Spiegel unter 30 war. Und aus Großbritannien, Herr Martino schreibt eben, dass eben dieses Kathelizidin, was eben auch den Namen LL37 hat, das wirkt gegen umhüllte Viren und so ein Virus ist eben das Coronavirus. Und auch aus Schottland, Finlay schreibt hier, dass eben eine Schwestersubstanz von diesem Kathelizidin, die Defensine, die arbeiten gegen Herpes, gegen Grippe, Coronavirus und HIV. Wir haben auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass jahrelange Herpeserkrankungen, Lippenherpes, durch einen ordentlichen Vitamin-D-Spiegel dann ganz ausgeblendet werden konnten. Und in der HIV-Therapie hat Vitamin-D längst seinen guten Platz. Und zur Grippe haben wir eben auch von Johann Mohan die Studie gesehen aus Norwegen. Ein wichtiger Helfer. Aber hier haben wir die Helfer, hier einmal das Kathelizidin, wie so ein Blechspan, den der Zerspannungsmechaniker gemacht hat. Und dieses Defensin hat auch diese Wendel, genau gesagt. Und das sind eben gute Virusblocker. Und die machen nämlich eins, dass sie massenhaft produziert werden und sich dann auf das Virus drauflegen. Und da sie so Spaghetti-artig sind, können sie auch aggregieren, sie polymerisieren, bilden also solche Aggregate und Matten und können dann so ein Virus ganz schön platt machen, dass es eben seine Rezeptoren nicht benutzen kann. Und das ist eben das, was 98 Prozent der Menschen machen, die dann dieses Coronavirus überleben. Die haben nämlich genug davon. Und die Verbindung unseres Abwehrstoffes zu Vitamin D, die kommt nämlich aus Harvard University, Boston, USA. Da hat man nämlich 400.000 Einheiten den Leuten gegeben. Damit hat man den Vitamin-D-Spiegel um 15 Punkte relativ ansteigen lassen. 15 Nanogramm pro Milliliter und am fünften Tag. Und gleichzeitig ist auch das Kathelizidin in dieser 400.000er-Gruppe angestiegen. Also, ich sag mal, wenn schon ein Anstieg von 15 Punkten, ja, vielleicht von 5 auf 20 dann, so einen tollen Effekt macht beim Kathelizidin, wie viel besser sind die Effekte, wenn wir den Spiel dann auf tropische 80, 90, 100 setzen? Das dürfen wir. Da ist auch keine Gefahr drin enthalten. Und insofern ist es eine ganz simple, offensichtliche und einfache Therapie, dass man über dieses Vitamin-D-System das Kathelizidin anstößt, damit es endlich diese Viren dann ein bisschen einseift. Man hat auch einen Sperment-Test gemacht, dass man also einen Scatterplot mit einer Korrelationslinie gemacht hat. Das ist hier nur ein Symbolfoto, denn die echte 16-seitige Studie enthält dieses Foto nicht. Aber, dass Sie wissen, was gemeint ist, Anstieg Vitamin-D, Anstieg Kathelizidin, das ist miteinander verknüpft und zwar signifikant. Ist immer dann, wenn dieser Wert die 005 unterschreitet. Und hier sehen wir auch, dass hier trotz dieser Mini-Gruppen, also Harvard scheint mir verarmt zu sein, also nur 10 Leute in der Placebo-Gruppe und 10 in der 400.000er-Gruppe, das war wohl, weiß nicht, was für eine Studie. Da hat man eben festgestellt, auch da ist es schon signifikant, dass nicht nur der Spiegel ansteigt, Vitamin-D von 19 in der Placebo-Gruppe auf 29. Hurra, wir sind 10 Punkte höher. So dreist ist man in Harvard. Also, wann war das? 2015. Die haben also die Vitamin-D-Glocke auch noch nicht Leuten gehört. Und die Hospital Days, die sind auch von 21 in der Placebo, also Leute ohne Vitamin-D, runtergegangen auf 14. Also, nehmen Sie Vitamin-D und die Aufenthaltsdauer geht von drei auf zwei Wochen zurück. Also, hier bleibt noch viel zu forschen. Defensin wirkt sogar Stunden nach dem Eindringen noch. Das ist ein Laborexperiment, da hat man nämlich Catelecidin auch angeguckt und Defensiv und festgestellt, sogar noch acht Stunden nach dem Eindringen des Virus kann eine weitere Infektion verhindert werden. Wie es das macht, das ist schon zauberhaft. Also, das ist einfach die Macht, mit der der Mensch sich seit Millionen von Jahren gegen Viren zur Wehr setzt. Da können wir nur staunen, da ist die Medizin bei Weitem nicht so weit gediehen. Herpesviren sind umhüllte Viren, wie das Coronavirus. Defensive schützen sogar Mäuse vor Infektionen. Man hat nämlich Herpesviren in Mäuse eingebracht und festgestellt, wenn sie dann gleichzeitig Defensine hatten, dann konnte damit diese Infektion blockiert werden. Also, wo Viren sind, brauchen wir diese Schutzfaktoren C und D. Damit bekämpfen wir auch die Coronaviren. Und Vitamin D hat eben auch die doppelte Funktion, dass es nämlich erstens direkt gegen die Viren arbeitet und dem Lungenödem entgegen, weil es nämlich hier dieses ganze Blutdruckregulationssystem in seiner Reaktion lindert. Und wenn sie starke Luftnot haben und es dann ein bisschen gelindert wird, dann sind sie schon sehr dankbar dafür. Also, ich halte es für ein Versäumnis, dass nicht alle Leute in diesen Situationen so eine Therapie kriegen. Die neue Empfehlung. Vitamin D-Spiegel über 66, Route 66, das ist eingängig. Das ist der Weg zur Sonne und Freiheit. Deshalb habe ich das hier, mein Logo so konzipiert und schützen lassen. Das ist ein Weg, der uns herausführt aus den Problemen. Wir haben Schutz durch diese hohen Spiegel, 66 bis 100. Die tropischen Normalwerte sind frei von Risiken. Und wie man da hinkommt, das können Sie beim Vitamin D-Simulator durchspielen. Da können Sie verschiedene Dosierungen in eine rechnende Tabelle hineinsetzen und Sie sehen genau in Echtzeit, wie der Vitamin D-Spiegel sich entwickeln wird. Fassen wir zusammen, was haben wir hier gehört? Erstens, die offizielle Ratlosigkeit hat doch eine Antwort. Es gibt ja einen Abwehrmechanismus. Das Spike-Protein will an den ACE2-Rezeptor. Das macht die Blutdruckregulation kaputt. Das ist die grausame Brutalität des Virus, an der schon viele Menschen ja quasi erstickt sind. Und es ist ein Teufelskreis durch einen Aufbau des Blutdrucks in dieser Panik. Und wir müssen diesen ACE2-Blocker schützen, dieses Enzym schützen. Und wir wissen, dass ACE-Hemmung ein Thema ist, das wir beachten müssen. Es hat was mit Leben und Tod zu tun. Chinesische Kinder haben das Problem, ganz China leidet unter einem Vitamin-D-Mangel. Die sind einfach zu fleißig, wenig Urlaub und haben das Vitamin-D-Thema noch nicht erkannt. Wir haben an ganz vielen Stellen schützende Funktionen für Lungen- und Gefäßsystemen durch Vitamin D. und wir können die Viren durch unsere körpereigenen Virusblocker abwehren. Also der Apotheker wird eher nicht sagen, sie brauchen jetzt das Antibiotikum nicht, was ihn der Arzt verschrieben hat. Sie haben ja eigene Virusblocker C und D. Die können Sie so und so aktivieren. Also es gibt schon ein paar, die das sagen. Aber das ist im Grunde wichtig, dass Sie selber Ihre eigene Einschätzung bilden. Das heißt, ich habe am Anfang gesagt, es gibt einen Ausweg und hier ist der Ausweg Vitamin D66 und dann können wir, so wie die 98% anderen Menschen auch das Virus abwehren und wenn Sie einen Gast haben aus China oder einen Rückkehrer, dann nicht in Panik geraten, sondern den Vitamin-D-Spiel auf 66 hochsetzen, auch wenn Sie da hinfahren müssen, meinetwegen beruflich. Das ist meine Botschaft. Virenschaden, es hängt mit Vitamin D zusammen. Wir können uns durch Vitamin D gleich doppelt schützen gegen dieses grässliche Lungenödem und gegen die Viren und wir können den Vitamin-Spiegel hochsetzen. Sie brauchen sich dann nicht als Versuchskanin zu fühlen, sondern Sie können das im Vitamin-D-Simulator vorab durchspielen, was Sie machen und dieser Begriff aktives Vitamin D, das hört sich so marktschreierisch an, weil ja, der aktive Posten, das ist immer noch so eine Betonung, das ist aber ein Begriff, der sich, der mit der Biochemie korrespondiert. Die Natur hat eben das passive Vitamin D des S-Spiegel und das aktive, mit dem sie dann tatsächlich in dem Rezeptor arbeitet. Es ist der Unterschied zwischen Teelichtern, die einfach nur herumstehen und nicht brennen und einem brennenden Teelicht. Da hat man nämlich auch ein aktives Teelicht und das alles, diese Zusammenhänge sind kaum bekannt, sind aber extrem wichtig und weil es trotz hunderten von Büchern hier keine richtigen Informationen gab, habe ich dieses Buch hier rausgebracht. Das wird jetzt in fünf Tagen erscheinen und wie ich höre, ist die erste Auflage schon vergriffen, aber es wird sicherlich nachgedruckt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Erfolg mit Vitamin D. Hier sprach Raimund von Helden vom Institut Vitamin Delta.